Das Orchester ist insofern ein interessantes Ausbildungsinstrument, als die Studierenden hier voneinander lernen. Die Zusammenarbeit mit der Basler Musikhochschule hat sich seit einigen Jahren etabliert und für ganz große Orchesterprojekte wie dieses eines potenziert sich der Lerneffekt durch die Zusammenarbeit. Das Projekt hat sehr viel Wert für mich, weil als Schlagzeuger profitiert man immer sehr viel vom Ensemble-Spiel und weil ich persönlich auch gerne noch ins Orchester möchte, ist das natürlich eine super Erfahrung. Die Junge Vielharmonie Zentralschweiz ist für mich ein Orchester, in dem ich Erfahrungen sammeln kann, in dem ich Stücke kennenlernen kann und mit Studentinnen und Studenten ein tolles Projekt erleben kann. Man trifft neue Leute, man kann sich austauschen, man trifft vielleicht auch alte Gesichter, die man von anderen Projekten her schon kennt. Die Zusammenarbeit ist sehr spannend, gerade bei uns Harfen, weil die erste Harfe hat schon viel mehr Erfahrung bei Orchester. Und so können wir uns austauschen und man hat auch den Austausch zwischen den Studierenden, wie das Studium läuft und was es für Kurse gibt und für Möglichkeiten. Vielen Dank. Applaus